Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und finally ist es soweit, wir haben den letzten Code für das neue Set. Ihr habt es gerade eben schon gesehen. Das letzte Item ist eine richtig nice Mütze mit dazu auch noch der Brille. Ob es die Brille direkt dazu gibt oder einzeln, werden wir uns gleich im Spiel angucken. Denn ich habe die ganze Zeit mein Star Stable offen gelassen, damit ich auch real ins Spiel komme. Falls ihr die Folge von heute Morgen gesehen habt, wisst ihr warum. Einfach dann den Code CONSUMELESS, übrigens, bevor ich vergesse den Code zu nennen, eingeben. Und wir gucken uns das Ganze dann jetzt gleich im Spiel an. So, ja, es sind tatsächlich zwei Sachen, die wir am Ende bekommen. Die Brille und die Mütze sind getrennt. Wir haben hier die Mütze, die ich übrigens mega cool finde, auch einzeln, auch ohne eben die Brille. Und wir haben die sportliche Bio-Freizeit-Brille. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. Also, sieht mega nice aus. Also, ganz im Ernst, das ist mal ein richtig cooles Set. Werden aber auch nochmal, übrigens, falls ihr irgendwie den Code verpasst habt oder auch nochmal alles zusammen haben wollt, gibt es nachher auf jeden Fall noch ein Fazit-Video zu dem Ganzen. Aber das hier ist das Teil von heute. Die Mütze und dazu die passende Sonnenbrille. Oder bis dann. Einen schönen Tag euch noch. Haut rein. Ciao, ciao.